Da sind wir. Wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch aus der Klause Klause in der buckeligen Welt und natürlich auch in Richtung Weihviertel, nämlich nach Eibestolz und Patrick. Guten Morgen. Guten Morgen Welt. Mehr brauche ich gar nicht sagen. Da ist der Klause natürlich auch speziell mitbegrüßt, wenn ich das so nicht sagen darf. Der Weltklause. Alles leibend, bei mir strahlt in der Sonnenschein im Weihviertel. Ich hoffe in der buckeligen Welt. Bei dir auch. Ja, schönes Wetter. Alles leibend. Da wird heute ein arbeitsreicher Tag draußen sein. Bei mir heute auch, weil es ist endlich alles aufträgt soweit. Gestern habe ich noch Sport betrieben und heute schmeiße ich mich an Beetgestaltung, Rasenmahn, Unchrom, Motorgesense und so weiter und so fort. Unkrautbeseitigung zwischen den Stahnen und so. Ja, du hast dir einiges tun. Bei mir gestern hat es noch kränkt. Also gestern war es zwar auch schön, aber dazwischen sind wir wieder kränkt. Also von auftrocknen. Keine Spur, Gott sei Dank. Ich war gestern mit dem Fahrrad unterwegs. Es war gestern schön. Es war frisch. Es hat nur so 18 Grad oder so was gehabt. Der Wind ist gegangen. Aber es hat die Sonne nicht mehr durchgeschaut. Da waren wieder Wolken da und so. Es waren wirklich ein paar wunderschöne Stunden im Weihviertel verbracht. Da bin ich durch das Weihviertel geflitzt quasi. Geflitzt? Bisschen über 60 Kilometer. Schön war es. Sehr schön. Hat mir gut getan. Ich bin gerade die letzten vier Wochen nicht so irgendwas gekommen, weil ich ziemlich marode war. Körperlich. Und jetzt geht es wieder. Ich habe es schon gespürt. Es kommen dann andere Wehwehchen, wenn ich mich nicht bewege. Mir tut das einfach wirklich gut und macht mir einen Riesenspaß. Radfahren vor allem überhaupt. Das ist wie ein Jungbrunnen. Also ich merke das auch, wenn ich wirklich den ganzen Tag am Computer sitze, mehr oder weniger leicht unterbrochen durch irgendwelche, weiß ich nicht, also aufs Klo gehen. Aufs Klo gehen, ja, mehr oder weniger. Ja, genau. Also das sind zum Glück nicht viele Tage, aber das merke ich sofort. Also da bin ich am Abend sowas von hin und ich bin wirklich kein Sportler. Ich bin weit weg vom Sportler, aber diese komplette Bewegungsmangel, das halte ich nicht aus. Also das geht bei mir gar nicht. Nein, das ist nicht gut. Das zahlt sich dann am nächsten Tag. Und das waren wirklich so ein paar Wochen bei mir, wo ich einfach körperlich nicht wirklich mich bewegen konnte. Wenn du solche Schmerzen in einer Region am Fuß hast, da bist du ziemlich gehandicapt eigentlich. Das ist nicht, wenn man... Das stimmt. Susanne Moser sagt auch, super, du bist da mit dem Radler gefahren, Patrick. Ja, Susanne, schön war es. Wirklich schön. Frau Susanne und Paula Hartmann ist auch schon am Start. Grüß dich Gott. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, es ist, es ist, ich war gestern, ich war gestern, habe ich meine Frau Mama geführt nach Bayerbach. Auch schön. Nach Bayerbach zum Augenärztin, zur Augenärztin, muss man konkret sagen. Eine Wahlärztin, weil meine Frau Mama ist auf dem linken Auge seit Ewig eigentlich, seit Kindheit fast blind. Ja, ja, nein, seit, ich glaube, seit, seit ihr Kind war in der Futschel, hat es, hat es, ist auf dem linken Auge fast blind. Ja, gut, also sieht es nur einen Schatten. Und, 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 und beim Rechten hat es den Grauen Start. Ja, und da war sie vor einem halben Jahr beim Augenärzt in den Kirchenhäusern. Ja, alles andere Dinge, kein Problem, kann man operieren, können wir machen. Operationstermin wäre nächstes Jahr im Jänner oder Februar. Ja, so. Und da hat es gesagt, ja, aber was sollen wir machen bis dahin, es wird ja nicht besser. Und die Antwort, das sage ich jetzt deswegen, weil es wirklich, weil es siehst, wie eigenartig das System funktioniert. Naja, tragen Sie einen Button, ich habe gesagt, was ist ein Button, das ist der gelbe, weißt du, nämlich die drei Punkte, ein gelber Button mit schwarzen Punkten. Tragen Sie einen Button und passen Sie auf, dass Sie nicht hinfliegen. Das war die ärztliche Anratung, also für das muss ich sagen, Medizinstudium, ohne Achtung. Und alle Achtung wären das mehr, glaube ich. Aber, ja, aber gut, auf der anderen Seite, was soll ich sagen sonst, weil man es nichts tun kann. Und eben, ja, und halt nächstes Jahr ist der Termin. Und jetzt haben dann Freundinnen geraten, erst gehst du zu der Wahlärztin, du zahlst halt, nicht? Ja, du hast da Geld, aber zahlst. Und, also, lange Rede, kurzer Sinn, natürlich auch angeschaut, ja, alles an sich gesund, alles in Ordnung, der Kreuzstaatigkeit operiert, wie schaut es aus, was ist das, was haben wir jetzt, im Juli, in einem Monat. Absolut, nein, das ist überschaubar, ja, genau. In einem Monat wird es nicht so berühmt. Okay, ja, sage ich gar nichts, sage ich gar nichts dazu, passt. Aber jetzt frage ich mich, wie geht das überhaupt? Also, wie geht das, dass, wenn ich zu einem Arzt gehe, diese Möglichkeiten habe, und zu einem anderen Arzt andere Möglichkeiten? Das verstehe ich nicht ganz. Ich verstehe es auch nicht, nur ich habe das ja im eigenen Leib ja erfahren, für mich damals sehr positiv, vor einigen Jahren, wie es mich dann gepragt hat, so, quasi. Und wenn man jemanden kennt, im Freundeskreis, wie schnell auf einmal das geht, also ein MRT, ein CTZ, dann ein MRT am gleichen Tag. Ja, interessanterweise dann. Es geht nur durch Beziehungen, ich meine, zum Glück können wir sagen, wir haben Beziehungen, halt auch durch Spöden, man kennt Ärzte, man kennt Leute aus dem Ganzen, aber das kann doch nicht der ausschlaggebende Punkt sein. Das sind einige Fans, die Ärzte sagen, ja, ja, nein, kann nicht sein. Das kann doch nicht der ausschlaggebende Punkt sein. Auch in Gesprächen mit diesen Ärzten weiß ich, dass das System ziemlich am Sound ist eigentlich, wie es bei uns abbrennt momentan. Und ich weiß auch von anderen Bekannten und Verwandten, die im Privat, also sei es eine neue Hüftgelenk irgendwann mit 70, 80 Jahren oder ein neues Kniegelenk sie machen lassen, normal, Orthopäde, offiziell in Krankenkassen, Patient, wenn du hingehst, ja, das dauert auch schon nächstes Jahr dann, nicht? Nein, nehmen Sie, dann kriegst du einmal ein Antirheumatikum und Schmerzmittel, Entzündungsmittel und was weiß ich, Voltaren oder wie das alles heißt. Nein, nehmen Sie das halt dabei. Nein, dann gehst du privat zu einem in die Ordination und siehe da, innerhalb von sechs Wochen kriegst du dein nächstes Kniegelenk. Irgendwas stimmt hier nicht. Es stimmt was nicht. Ich glaube tatsächlich, am wenigsten schuld sind die Ärzte. Das ist der gleiche Arzt, aber muss ich sagen. Das muss man auch sagen. Ja, ja. Aber es ist wirklich, ich glaube, am wenigsten sind die Ärzte selber jetzt da schuld dran, sondern die können ja nur in dem System agieren, das ihnen vorgegeben ist. Aber irgendwas rennt da schon gewaltig falsch, glaube ich mal. Jedenfalls ist das halt gut ausgegangen. In dem Fall, ich meine es nicht einmal Beziehungen, muss ich sagen. Deswegen kann ich das auch ein freies Rufen sagen. Das war einfach ein Rat. Erst geht es dir der Wahlärztin und schaue ich es an. Und die Operation übrigens, das ist ja ganz normal in einem Spital, das rennt dann wieder auf Kasse. Also das ist eigentlich nur, du zahlst eigentlich nur diese private Behandlung. Und das ist jetzt einmal, dann zweites Mal die Nachuntersuchung und dann wieder ein paar Wochen später dann für die Brünen und so weiter. Also das sind drei Besuche, wenn alles glatt geht. Drei Besuche bei dem Wahlarzt, die sagt genau, was dir das kostet. Ist überschaubarer Betrag, muss man auch sagen. Ich meine, es geht ums Auge. Es ist ein überschaubarer Betrag. Ist jetzt nicht aus der Welt, aber könnten sich auch viele vielleicht gar nicht leisten. Muss man auch sagen. Oder es wäre wirklich ein starkes Problem, weil es sind, ich glaube, ich kann es ja sagen, ich weiß nicht mehr genau, wie es sind, sondern in Summe kostet das Ganze knappe 600er. Das musst du schon leisten können. Das muss schon... Als Mindespensionist. Ja, das meine ich. Das ist halt... Also so einfach, es sind keine übertrieben viele Tausende, wo du sagst, da bin ich in ewigen Schulden, sondern es ist ein überschaubarer Betrag, aber dennoch für viele Menschen vielleicht gar nicht einmal leistbar. Und das ist halt schon. Und der Rest ist aber eh wieder auf Kasse. Das geht doch nicht. Aber es ist unglaublich. Und ich muss wirklich sagen, das, was mich am meisten stört, ist wirklich, wie man in unserer Gesellschaft mit den Alten umgeht. Und da sage ich schon, mit den Alten, nicht mit den Älteren oder Verniedlichen. Sondern es gibt alte Menschen. Und diese alten Menschen haben dazu beigetragen, dass wir in einer Situation sind, die wir halt haben. Und zwar, die ist in unseren Fällen mehr als positiv. Ja, das kann man sagen. Ja, die haben das alles, was auch immer, die haben geleistet, die haben sich gekümmert ums. Wenn wir als Geschroppen täppert waren, wenn wir als Teenager täppert waren, egal was, die haben das durchgestanden und haben das vieles für uns gemacht. Und jetzt sind die koscherten jungen Generationen, da gehören jetzt mehr dazu, also immer die Jüngeren halt, wenn sie selbstständig sind, wenn sie einem gut geht auf einmal, wenn sie auf einmal nicht mehr aufs Geld angewiesen sind von Mama und Papa und nicht mehr daheim wohnen und nicht mehr eine fressende Schnitzel und nicht mehr von der Oma, die einen Offenstuhl brauchen und so weiter. Und das Ganze, dann auf einmal verzichten wir drauf. Dann lassen wir es, dann lassen wir es deppert sterben, im wahrsten Sinne des Wortes. Dagegen möchte ich mich schon ein bisschen verwehren. Das muss ich echt sagen. Völlig. Völlig. Du kennst mich und du kennst meinen Bruder und ich kenn die und deine Brüder und so weiter, wie das alles bei uns ist. Also das ist ja bei uns überhaupt kein Problem. Ganz im Gegenteil, bei unseren Familien. Die Wertschätzung der Eltern ist sowieso, und wenn irgendwo eine Not am Mann, an der Frau in der Zwischenzeit allein ist, bei meiner Mutter, weil die auch eine Witwe ist in der Zwischenzeit und eine Witwe in der Pension kriegt, eine kleine und das war's. Also mein Bruder und ich und meine Schwägerin, also wir schrupfen das schon. Wir werden das Pferd schon schaukeln gehen, immer, jederzeit. Und das ist wirklich das, was zählt, weil alle anderen Dinge, sie haben uns die Ausbildung ermöglicht und, 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 und. Und alles, also alles, was irgendwie gegangen ist. Mein Vater war auch Alleinverdiener, so wie deiner, und das war nicht immer einfach. Aber es ist ja, was wurden wir sonst bei, ich meine. Ja, definitiv. Definitiv. Wobei es ja mir noch besser gegangen ist, als bei dir, weil wir haben da wirklich gar keine, gar keine Einstände gehabt. Ja, gut, also, ich hab halt nicht immer das, weiß ich nicht, neueste Spielzeug gehabt, vielleicht, aber fast. Das hab ich wiederum gehabt, weil ich so viel Verwandtschaft gehabt habe. Naja, gut, ja. Aber auch die zählen dazu. Natürlich, natürlich. Ich hab das Thema schon ein paar Mal angesprochen gehabt, also nicht nur mit der eigenen Verwandtschaft, sondern überhaupt auch mit alten Menschen im Auto. Generell, ja. Ich bin da einfach, die haben für mich mehr Rechte. Punkt, da fährt der Eismann drüber. Auch die Autofahrer. Ich sehe einen Autofahrer auf der Autobahn, der fährt fast in der linken Spur, also zumindest ganz links, so gut es wie geht, langsam dahin und ich ärgere mich und ich meine, erst voll der Rottl, fahr um mich auf die rechte Spur, wo du gehst mit den Zwanziger oder sonst was, fahr vorbei, sich einen alten Menschen drinnen und ich meine, okay, fahr. Ich hab mich, was das angeht, sehr geändert. Ich war in meiner Jugendzeit, als ich wirklich noch jung war, irrsinnig, giftig bei sowas. Und wie gesagt, auch da beginnt irgendwie, das ist ein Nachdenkprozess dann begonnen, im Laufe der Jahre und ich denke, nein, der hat das Recht, einfach so, der ist unsicher vielleicht schon in der Zwischenzeit und klar könnte man dann sagen, nein, dann muss ein Schein angehen, nein, ich hab das in der eigenen Situation jetzt mehrmals erlebt in der Familie, das ist so viel Freiheit in der heutigen Zeit, die man da verlieren würde oder der Mensch dann verliert, dass der Mensch stirbt, ich meine, der geht ein, das psychisch für einen nicht zum Teil ist und wir Jungen haben die Verpflichtung, auf den Rücksicht zu nehmen und auf den aufzupassen im Straßenverkehr und vor allem auch im Straßenverkehr, jetzt weil wir gerade von dem eben reden, nein, da nehme ich mich halt zurück und lasse den und dann fahr der halt an 30 Grad, wo auch 50 Grad ist, ihr Arztgebet, ne, macht ja nichts. Aber ich möchte ihm nicht die Freiheit nehmen, solange der noch, das ist wirklich ein großer, großer Einschnitt, wenn es dann das Auto hergibt, ich hab das bei meinem Vater selber gesehen, das ist wirklich, ja. Aber zum Beispiel, also ich weiß noch, wie mein Vater das eigentlich von selber ausfließen lassen, weil er einfach gesagt hat, er fühlt sich immer unsicherer, es taugt ihm immer so recht, er hat das schon mehr, er möchte es lieber bleiben lassen. Es ist einfach dann die Vernunft gewesen, manche dann wieder gar nicht, wie auch immer, ich denke mir halt auch so, erstens einmal, ich finde es kurzsichtig, wenn Leute sagen, ja, da musst du halt, ja, dem gehört auch Schein abgenommen und so weiter, ich denke mir, Alter, du wirst auch in die Zeit kommen, weil das ist nämlich logisch, es gibt zwei Varianten, du stirbst vorher oder du wirst alt. Oh, schau, Luftballon, du hast gesehen. Luftballoni, Balloni, Balloni, wie geht das? Da, das, das, schau. Patrick, mach Luftballon, jawohl. Ja, jawohl. Muss ich gleich mein Mütterlein Herzl schießen, schau. Für mein Mütterlein Herzl. Aber weil wir gerade reden von Alter und Junge, wir sind immer noch jung, glaube ich. Naja, wir sind Deppert, das ist was anderes. Du kannst als ein junger Deppert sein, das ist ein Alter. Liegt dem in der Formule, gebe ich zu, dass keiner beleidigt. Ich frage keinen in der Formule, ob er beleidigt ist. Nein, aber es ist wirklich, ich finde das sehr kurzsichtig, wenn man sagt, ja, das Alter und hin und her und auf dir losgehen. Ich denke mir, Alter, es gibt zwei Varianten, du stirbst vorher oder du kommst rein in das Alter. Und was ist dann? Also wirklich so ein unreflektiertes Verhalten, das ist unreif, das ist blöd, das ist wirklich unter jeder Sau, in Wahrheit. So sehe ich das. Und es ist halt wirklich so, wo ich immer denke, es gibt die Situation, wo du dann sagst, ja, du bist Deppert, der ist echt gefährlich jetzt schon. Wenn wir jetzt wieder beim Beispiel Straßenverkehr sind, der ist wirklich gefährlich. Dem gehört das schon, also der dürfte eigentlich nicht mehr fahren. Die Situation gibt es natürlich. Aber die gibt es ja bei Jungen. Du sagst, der ist zum Beispiel angesoffen, zum Beispiel massiv, oder hat ein Drogenproblem oder ist irgendwie behindert, also sieht die Hälfte nicht mehr oder sonst was. Da sagst du ja, der darf nicht. Der Amtsarzt sagt ja, sie sehen so schlecht, sie kriegen so schlecht. Sie können nicht mehr fahren. Also das ist ja jetzt nicht einmal ein Altersphänomen, aber natürlich im Alter kann das dann schon mal auftreten. Aber es ist so oder so, jemand im Alter vielleicht einfach, auch wenn er noch gut fährt und alles, einfach weniger fit und weniger schnelle Reaktion in der Reaktion. Und darauf müssen mit Verlaub wir Acht geben und nicht derjenige. Weil du kannst ja, du hast der Moor seine Schuldigkeit getan. Der Moor kann gehen, wie das berühmte Zitat ist. Und da beziehen wir uns halt jetzt auf die alten Leute. Sie haben brav gearbeitet, sie haben die Kinder erzogen, sie haben sich um jeden Scheißdreck gekümmert, der unnötig war auch noch, noch dazu, von den Rutzpippen. Und jetzt kannst du die Hälfte nicht sterben gehen. Also das ist wirklich nicht der Punkt. Und wenn einer sagt, so schlimm ist es nicht, ich meine, jetzt muss ich nicht gleich stehen. Und sagen, ja, aber was wirst du machen? Wir haben irgendwo in einem Garten gesessen alleine, wie die Kinder, wenn man die Kinder vor dem Fernseher sitzt, dass man auch Ruhe hat. Zerstreißen wir ein paar Banger die an, dann wollen wir uns nicht darum kümmern, dass sie erzogen werden. Dann seht ihr es vom Fernseher, dass wir eine Ruhe haben. Und das machst du mit den Alten auch. Furchtbar. Ich finde das nicht richtig. Abgesehen davon. Wir haben ja auch eine Verwandtschaft sogar. Ja. Bei dir auch immer. Ja, lass mir das. Aber es ist halt so, es ist ja oft ein Trend. Das ist ja bei uns ja auch Trend. Aber das ist zum Beispiel etwas, was man in der Regel, ich weiß nicht, ob das, aber ich sage jetzt mal vor allem aus den orientalischen Ländern, aber auch Balkan und Co, also eigentlich sehr, sehr viele Zuwanderer aus, sagen wir jetzt mal, Balkan, Orient ist ja Wurst und mehr, die haben da auch einen viel besseren Umgang. Also das muss man da schon, da muss man schon das lassen. Ich meine, das, 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 die, die, für die, für die gilt alles, für die Familie und alles auch für die Alten. Da wird keiner angeschoben. Und bei den Bauern auch nirgends. Da sitzen die Alten mit dabei. Ja. Wenn irgendwo was ist. Das ist halt ein anderer Zugang. Und ich glaube, dass das schon ein ganz wesentlicher Aspekt ist, der auch einer dieser Hinweise ist, ist, dass diese Gesellschaft im Zusammenbruch sich befindet. Das glaube ich, wirklich. Eben dieser, 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 dieser Umgang mit den Alten. Und wie, und wie, und wie. Ja. Ganz ein wichtig, ganz ein großer Punkt, dass das so, so ist, ja. Ja. Glaube ich auch. Muss ich echt sagen. Bin überzeugt davon, ja. Der Raff ist da, muss uns recht geben, ich danke der Schäte, ich hätte es auch da, wunderbares Thema, Respekt und Rücksichtnahme unseren älteren Mitmenschen gegenüber. Jawohl. So seine Mose. Danke für die Luftballons und Herzerl. Jawohl. Jawohl. Das ist wirklich ein kleiner Wohlbeweg. Okay, schauen wir mal, ob es geht. Jawohl, Wohlbeweg. Jawohl, da fahren Sie die Luftballons. Super. Schön. Was sagt ihr, Hattie? Als meine Mom merkte, dass ich kurzfristige Aussätze beim Autofahren hatte, hat sie aus eigenem Antrieb und mit schweren Herzen in den Führerschen zurückgegeben. Großer Respekt. Ja, das stimmt, Hattie. Ja, wirklich der größte Respekt. Meine Beobachtung ist aber, dass wirklich, muss man sagen, wahrscheinlich zwei Drittel so sind und nur ein Drittel halt dann einfach hängen. Aus irgendeinem Grund an diesem Auto am Fahren, entweder an dieser Unabhängigkeit oder viele auch daran, dass sie sagen, wenn ich natürlich den Autoschließel angebe, dann ist es für denjenigen, ist es dann quasi, das ist dann die Akzeptanz dessen, dass ich alt bin und nicht mehr lange lebe. Also im negativen Sinne alt bin. Ja, ja, ja. Muss man auch respektieren, aber natürlich irgendwo sagst du dann, ja, es tut mir leid, aber da müsste man sich auch mehr kümmern. Also gerade in der Großstadt, wo es ja am einfachsten wäre, ist es tatsächlich am schwierigsten. Das ist schon spannend. Das ist interessant. Na ja, dann sollst du halt mit dem Taxi fahren. Sag ich, teppert er. Entschuldigt's, weil ich mich schon so. Das muss dir leisten können auch. Ja, fahr mal mit dem Taxi. Ich meine, es ist... Dann kommen die nächsten Geschehen, Entschuldige, und sagen dann ganz koschert, na ja, es ist ja wurscht, dann fährst du mit dem Uber, dann ist es pölicher. Sag ich erst. Ja, na gut, lassen wir es. Entschuldige. Ja, 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 wobei das mit dem Taxi schon stimmt, weil wenn man denkt, was ein Auto kostet in der Erhaltung, kann man mit dem Taxi auch weiterfahren. Also, so gesehen. Das stimmt allerdings. Das habe ich auch mit meiner Mutter. Das stimmt. Ich habe das öfter schon so gesprochen, nicht mehr. Die Servicekosten und so weiter noch dazu, fahren wir das Auto meistens schon, wenn man älter wird, altert das Auto mit einem meistens mit und das ist noch ein sehr großes Auto, ist noch dazu, und über 200 PS vielleicht auch hat und so weiter, sind die Erhaltungskosten auch natürlich. Also, schon auch. Aber es ist natürlich trotzdem einfach, ich gehe einfach ab und fahre selber. Ich kann das wirklich, ich kann das nachvollziehen, weil ich selber gerne Auto fahre und das ist in meiner Familie überhaupt, alle eigentlich fahren, das fahren alle gerne Auto. Aber es ist jetzt zum Beispiel in Wien was anderes, bei meinen Eltern, es war halt wirklich, das war insofern schon schwierig, weil, bist du am Land, was willst du ohne Auto? Was willst du am Land? Bei mir da heraus, wo ich daheim bin, ohne Auto, das ist, bei mir gegangen es sogar, sobald so, naja, wobei die körperliche Fitness, wenn man nachlässt, wird schwierig, es fährt zwar ein paar Mal am Tag der Bus nach Mistelbach, das sind nur vier Kilometer, also das, Ja, aber, das meint keiner. Aber ein Kistenwasser, Heimzahn oder was, ja, Blödsinn. Naja, aber es ist sonst, das ist halt, dann fährst du mit dem Bus, sag ich, wo hilfst du mit dem Bus fahren, mein Auto bist frei, am Land jetzt, nicht, in der Stadt ist es was anderes, ist es, also in Wien, in der Großstadt ist es definitiv was anderes, aber, aber dort ist es oft am schwierigsten auch, weil eben, ja, wenn du sagst, du bist in deinem Haus, irgendwo in Floridstorf, Hausnummer, und, und, ja, das war auch schon schwieriger. Das, ja, das ist schwierig, es ist alles schwierig, es ist alles schwierig, aber deswegen, da meine ich, da sind ja wir als Gesellschaft gefragt, und da muss man weitaus mehr, also ich finde, ehrlich gesagt, ich finde wirklich, dass die, dass die, die Gier der Menschen, wirklich hinderlich daran ist, dass all die Leute, also ich spreche jetzt vor allem, vor allem von, von Einzelpersonen, von Witwen, Witwen, die jetzt, wirklich mit der Mindestpension ausgestattet sind, und die ist eine, schlichtweg, eine wirkliche Sauerei, eine wirkliche Sauerei, weil mit dem kannst du heute überhaupt keine Sprünge machen, schon überhaupt nicht, wo wohnst du. Ich meine, was willst du noch mehr, und von irgendwelchen, meine Mutter, die hat nicht die Mindestpension, die hat, glaube ich, um 80 oder 90 Euro, über der Mindestpension eben, und das ist nicht so lustig eigentlich, so Leiband, weil die, dadurch fallen viele Beihilfen, die man mit der Mindestpension bekäme, weg, und im Endeffekt, bleibt dir weniger als der liebe Nachbarin, die sich gut verstehen, nichts gegen den Nachbarin, die die Mindestpension nur hat, der bleibt mehr Geld im Endeffekt, lieber als meine Mutter. Das ist vielfach präsent, diese Geschichte, und das ist unter jeder Sau, und noch schlimmer finde ich das dann, egal von welcher Partei das kommen, ob das jetzt ein Babler ist, ich kenne meine Meinung zu diesem Herrn, die sich nicht deckt mit meiner Meinung zur Sozialdemokratie, die ich sehr schätze, grundsätzlich, aber diesen Herrn nicht, das wisst ihr eh, aber es bezieht sich auch auf Aussagen dann von anderen, ob das jetzt, keine Ahnung, die Blauen sind, mit Aussagen über die Mindestpensionisten, weil die haben ja nicht, weil die haben ja nicht die gleiche Wählerschaft, oder das gleiche Zielpublikum, die zwei Parteien, ich weiß nicht, was die Schwarzen dazu sagen, wahrscheinlich weniger, Mindestpensionisten sind ihnen wahrscheinlich ein Gräuel, die Grünen für das sind die alten Leute sowieso schulden, an allem, das heißt, ich kenne sowieso Wicker, ich kenne Wicker, ich weiß es ja nicht, wie die zu dem Thema stehen, aber am präsentesten für mich, weil es ja auch nicht natürlich mich betrifft, zum Thema Pensionisten oder Pensionsgeschichten, sind eigentlich Rode, also SPÖ und die FPÖ, eigentlich so diejenigen, die da am meisten sich dazu äußern, sagen wir es ja so, und egal, also es wird damit wirklich dann halt ein Wahlkampf gemacht, eine Politik gemacht im Vorfeld, aber in Wahrheit scheißt sich keiner drum, und ich denke mir, gerade die alten sollten, die sollten mehr oder weniger, also da sollten sie das, es gibt ja eh viel, muss man auch sagen, es gibt so viele Pensionistenangebote, und keine Ahnung alles, aber da geht es immer um die gesunden Pensionisten, es geht immer um die gesunden Pensionisten, der kriegt einen bülligeren Vorschein, und bülligeren, was weiß ich was alles, aber wenn du mal nimmer mehr gesund bist, dann schaut es anders aus. Dann wird es hakelig, dann wird es hakelig das Ganze. Genau. Und ich finde es halt nicht richtig, wie es derzeit rennt, und ich finde auch nicht richtig, dass die Politik damit mehr oder weniger Kapital schlägt, also speziell diese zwei Parteien, wo es mir halt so auffällt, und eigentlich kann man wirklich was machen. Und es wäre genug Geld da, es ist für so viele Plätze, wie der Geld ausgegeben, und ich glaube, die Alten waren mindestens so wichtig, wie unser Gesundheitssystem und so weiter, und die Bildung, die Jungen. Da glaube ich, da rennt schon was falsch. Aber was weiß schon ein kleiner Heurig-Musikant. Ein kleiner Patrick und kleiner Klaus. Genau. So sind ich aus dem Land, gibt es keine Taxi, nur Autobusse, die fahren nach Plan. Ja, aber zum Beispiel, das war für mich ein Muttiere-Projekt. Ah, bei uns gibt es sogar Taxi? Ja, ja, nein, in den Kirchen gibt es auch. Es ist sehr teuer. Ja, es ist sehr teuer. Hier bei uns am Land, ja. Ja, ich möchte gar nicht sagen, also das wäre jetzt gar nicht so das Problem, die paar Mal was uns brauchen, weil zum Glück hat meine Mutter ja ein großes soziales Netz. Abgesehen jetzt von der Familie sind es nicht viele Freunde, Freundinnen da, die sich mit großer Vorliebe eigentlich um Zeit mit der Frau Mama fast prügeln. Das wäre jetzt übertrieben, aber zum Glück ist sie ja gut beieinander und hat ja auch einen, ja, ist auch sehr beliebt. Also daher sind Leute oft froh, also wirklich Jüngere, teilweise nur Leute im Berufsleben stehen, sind wahnsinnig lieb bemüht um meine Mutter, weil sie halt, weil sie einfach gerne mit ihr halt dann Zeit verbringen. Das sagt sie ja bei uns auch immer, so wie gestern nicht, jetzt habe ich euch wieder einen Tag gekostet, oder jetzt habe ich euch wieder belastet und so weiter, jetzt habe ich euch wieder in Anspruch genommen. Also immer so mit diesen Dingen und das kriegst du nicht raus, ich habe das schon tausendmal gesagt, so hörst, ich stehe nicht auf in der Früh und sage, jösses, nein, heute muss ich wieder meine Mutter wohin führen. Nein, um Gottes Willen. Nein, nein, heute treffe ich wieder die Mutter, nein, führ dich halt wohin, das ist ja kein Ding, aber das ist ja keine Heldenleistung meinerseits, sondern das ist ja, also ich habe kein Problem mit meinem Mutter zu treffen. Nein, gar nicht. Das war immer so, diese Leute, das hat mich immer aufgeregt, es hat mich immer aufgeregt, Weihnachten, wenn dann die scheiß Familienfesten vorbei sind, jetzt muss ich wieder mit der Familie feiern, weil der Onkel Rudi einen 50er hat, oder so, und das hat es in meiner Familie nicht gegeben, jeder Einzelne hat immer gesagt, ich feiere gerne mit meiner Familie. Ich bin gerne mit meiner Familie beieinander. Da fällt mir gleich wieder ein. Genau. Luftballon. 99 Luftballon. Gehen wir, gehen wir. Ja, aber zum Beispiel Geburtstag, Getaufen, Firmungen, Hochzeit. Wir haben uns immer gefreut drauf. Begräbnisse auch. Ja, immer. Es ist sogar Begräbnisse. und die, meine Mutter hat gesagt, nein, sie fährt ein paar Mal mit dem Taxi, nur das Problem ist eher, also weniger der Preis, sondern eher in den Kirchen oder im Land, ist es nicht so, dass du da Taxi vom Gaur rufst und du kriegst ein Taxi in fünf Minuten. Oder ein Uber. Du musst vorbestellen. Du musst vorbestellen und was weiß ich was und das ist auch nicht so sicher. Und mit dem Bus hat es halt gesagt, da tut es sich halt schwer, weil es nichts sieht. Das ist halt dann schwierig. Der Alta Penanti ist da und sagt, ich fahre seit 20 Jahren kein Auto mehr. Man hat weniger Möglichkeiten, aber es ergeben sich auch Chancen. Man muss mehr überlegen, dass der Druck aufs Gaspital meist der einfache Weg ist. Das stimmt natürlich, Alta Penanti, aber das, ich nehme an, du bist in Wien daheim, also es wäre schlicht und einfach am Land ein Ding der Möglichkeit. Es wäre schon möglich, wenn du Menschen, die ein Auto haben, in Anspruch nimmst. Permanent. Dann geht es schon. Wie man als einen Freund kommt in Wien, ganz ein lieber Freund, immer noch, aber wenn man es immer angeht. Der hat uns immer vorgerechnet, wie viel ist der Sport, weil er kein Auto hat. Aber du fährst bei uns immer mit. Und wir zwei sind gefahren. Alle wirklich die Sachen. Beruflich, privater Natur. Gell, kennt man da nicht noch geschwind? Also beim Ikea. Waren wir schon zum Ikea, kennt man nicht auch noch geschwind? Ich brauche noch eine Kiste Bier auch, weil man gerade beim Merkur, wo dann immer immer angehaut. Hat er ja nicht mehr gesagt, Leibert. Aber ich muss ehrlich sagen, also wäre ich jetzt tatsächlich in Wien daheim, also nur in Wien, nur in Wien, sogar nur durch den Floridsdorf, wo wir jetzt wirklich eigentlich von dieser Wiener Infrastruktur schon ein bisschen ausgeklammert sind, in vielerlei Hinsicht. Aber es wird auch immer mehr eingebunden, muss man auch sagen. Wäre ich wirklich nur in Wien, ich hätte auch kein Auto. Also ich habe kein Auto, weil ich ein Autofan bin. Ich hätte ein Motorrad. Gut, weil ich ein Motorrad-Fan bin. Aber ich hätte kein Auto, weil es keinen Sinn hat. Weil für die paar Sachen, wo man ein Auto braucht, gibt es diese Carsharing-Geschichten, wenn es ist. Oder eben, wie du richtig sagst, du sparst ja so viel Geld. Das heißt, selbst Taxifahrten werden ja in einem ganz anderen preislichen Rahmen im Endeffekt. Nicht zu sehr 30, ja. Und das stimmt auch, öffentliche Verkehrsmittel, ich mag es nicht, ich fühle mich dort nicht wohl, ich mag die Leute nicht, ich mag es nicht, aber das ist eine persönliche Befindlichkeit, nur der Preis von so einem Jahreskarten ist auch lächerlich gering, in Wahrheit. Also ich wäre in Wien selber und natürlich auch viel mehr Mineral unterwegs, respektive, ich fahre eben mit dem Moped. Also so gesehen, ich fahre nicht einmal im Autofilm, mit dem Auto, aber natürlich bei jedem Einkauf. Und das würde natürlich wegfallen, wenn ich sage, naja, ich kann ja so ein Carsharing nehmen oder ein Taxi einmal oder du hast eben wirklich einen Freund, was du halt sagst, zweimal im Monat haben wir halt ein Auto. Also das wäre bei mir auch so. Also in Wien hätte ich definitiv keines einmal handelt, ist es nicht einmal andenkbar. Also meine nächste Busstation ist bergab, eine Stunde Fußweg entfernt. Das ist meine nächste Busstation. Zurück eineinhalb, weil ich wieder aufhören muss. Du bist aufhören, ich muss bergab an. Ja, ja, genau. Ich hatte einen Professor in der Rosenstadt-Grossen, Oberstudiener, Professor Dr. Jütte, der war bekennender Taxifahrer und ein glühender Anti-Autofahrer. Der braucht kein Auto, weil das Auto, was das in der Anschaffung kostet, was ich zuerst erwähne, von dem habe ich das eigentlich, dass das so geht. Und einmal in der Woche mache ich halt den Großeinkauf im Supermarkt, so wie es jeder auch macht, Familienvater und so, am Freitag. Ich fahre mit dem Taxi, ich habe einen Taxifahrer in der Zwischenzeit, wir kennen uns, der kommt einfach und der wartet auch dann dort und dann fahre ich heim damit. Und ich erspare mir da die ganzen Kosten des Autos eigentlich. Und da kann ich jede Woche mit dem Taxi fahren. Der war in Wien zu Hause, wie gesagt. Muss man aber auch sagen, ich habe aber wahrscheinlich allein gelebt. Nein, Familie mit drei Kindern, Frau, drei Kinder. Mit drei Kindern? Ja, ja. Die waren schon groß damals, wie wir es waren, aber das hat das Leben schon gemacht, vorher auch. Aber ich bin da sehr gescheiter, sehr gescheiter, sehr gescheiter Kerl, wie ich habe. Ich habe diskutiert über diese Dinge auch, ja. Geht urt, ist schon klar, aber muss ich nicht sein. Aber wie gesagt, am Land ist es vollkommen, also ich brauche mir alles. Aber er war so ein Typ, ich bin ein bisschen eine Spinner, der ist am Gauen gar nicht in der Mitte gegangen, sondern immer links oder rechts, weil der Boden da auch gleichmäßig abgegangen wäre. Er war so ein richtiger Typ, du warst, großartig. Hochintelligent, höchst intelligent, ja, und sehr beliebt, aber auch. Er war einer der Guten, ja. Schaut, der alte Palante, weil ich gerade sehe, ich wohne in Linzland, na gut, das, 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 na gut, das ist natürlich dann schon spannend. Da müssen wir fast mehr erfahren eigentlich. Wobei das bei mir allein schon aus beruflichen Gründen sehr schwierig ist. Ja gut. Ich komme dann am Abend heim noch dazu mit Instrumenten, manchmal auch zwei Instrumente damit, plus ein Köfferchen mit, mit Merchantising, sprich ZDs und so weiter. Oder wenn man mit der Anlage fährt oder was also das ist. Oder mit der Anlage noch dazu, dann ist das einfach unmöglich. Ich habe noch keinen Schlagzeug mit einem Radl fahren gesehen. Noch keinen. Also, im Schlagzeug meine ich. Also das ist, glaube ich, beruflich, brauche ich jetzt auch gar nicht diskutieren, das geht nicht. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Bei mir gange es vielleicht, wenn man sagt, innerhalb von Wien jetzt, dann nicht mit der, mit der, mit der Gitarre am Pogeln, nur bei strömenden Regen, das ist auch Blödsinn. Wie auch immer, aber halt ist möglich, ja, soll sein. Ich fange halt bei uns schon wieder ein Nest bei mir da, über den Haus, äh, über den Eingang. Bei uns schon wieder ein Nest. Ist das genau über den Eingang? Oder daneben? Ja, daneben. Genau drinnen? So ein Holzpfeiler raus. Naja. Was sind das? Auf jeden Fall, auf jeden Fall, Rutscheinsel oder was? Nein. Nein, was ist das? Nein, Aber keine Rutscheinsel. Auf jeden Fall ist das, ist das, eine Geschichte, wo du sagst, ja, mein Auto, ich meine, wir machen es eigentlich eh ganz gut, dass wir in 99% der Fälle mit einem Auto fahren. Also ich muss ja da oben, wir fahren mit einem. Das ist eigentlich eh schon. Für Dinge. Aber es ginge, also beruflich ginge es definitiv nicht, ohne Auto, auch wenn wir in Wien wohnen würden, also auch wenn wir beide in Wien waren, in der öffentlichen Anbindung, also das kann man machen, Hausnummer, ich weiß es nicht. Und ich meine, es ist schon Zeit, weil von mir zum Taschler ist ein recht kurzer Weg in Luftlinie, aber ich brauche über eine Stunde mit Öffentlichen, mit über einer Stunde von mir zum Taschler. Das ist nicht drinnen. Und heim komme ich nicht mehr. Wenn es gut geht, acht Minuten. Ja. Das ist ein Unterschied. Und heim komme ich nicht mehr. Das heißt, ich muss auf jeden Fall immer das Taxi mit einkalkulieren. Spätestens beim Heimfahren. Und das kommt dann schon ins Gehör. Also das ist dann, was du dann schon sagst, immer noch pöliger wie ein Auto, aber wenn du dann sagst, naja, das steht ehrlich gesagt jetzt nicht dafür. Das sind diese Abendberufe, das sind dann schwierig. Oder halt wo nichts mehr fährt. Und auch wenn man sagt, es fährt eh noch was. Ja, aber das heißt, jetzt hast du drei Stunden oder vier Stunden gespielt, bist fertig, bist miert, stehst mit einem Instrumentarium an einem Bahnsteig und wartest, weil in einer halben Stunde fährt noch eine. Und dann daheim fährt man eh nichts mehr, weil daheim muss dann wieder eine halbe Stunde gehen, weil ja der Bus nicht mehr mehr fährt. es ist schon, man rät es immer leicht und dann, was ist das? Nein. Das ist für uns eine Fahrt. Das ist nichts. Das geht nicht. So, kurzer Blick in den Chat. Ich hätte gesagt, das Auto vor allem am Land und besonders mit körperlichen Einschränkungen ist ein Stück Freiheit. Deshalb soll man auch ältere Autofahrer respektieren. Meistens schränken sie sich selbst ein. Fahren nur mehr kurze Strecken. Das stimmt, habe ich auch genauso beobachtet auch meine Eltern, die sagen, naja, weit fahren wir nicht mehr. Oder meine Mutter hat recht bald gesagt, früher schon, also wie der Vater dann in Pension war, hat sie gesagt, ich fahre gar nicht mehr mit dem Auto, weil der Vater ist jetzt eh daheim und ich mit einem Auge ist eh am Rande. Und hat gesagt, ich will nicht. Ist immer unfallfrei gewesen, aber am Land bist du aufgeschmissen, sagt der Raff, ja, sicher, ich mag genauso. Kommt halt drauf an, muss man auch sagen, was man macht und was man tut. Aber gerade am Land, wenn du natürlich ein Haus hast, einen Garten, das habe ich in Fluritzdorf gemerkt, wie ich zu meinem Mund entzogen bin, ins Haus mit Garten, naja, bitte, da habe ich gehabt, da habe ich mein Viert 500 noch. Ja, genau. Und da habe ich ihm gesagt, ich brauche ein größeres Auto, weil du kannst, wenn du da Erden kaufst oder wurscht was, irgendwas für den Garten, fürs Haus, ganz egal was. Heimwerkermäßig, du bist aufgeschmissen. Es ist ein großes Geschenk, dass wir unsere älteren Mitmenschen etwas zurückgeben dürfen. Sie haben viel für uns getan. Edi, das ist eigentlich genau so gesagt, wie ich es nicht selber hätte besser sagen können. Der Paul Hartmann meint, eine Laserschuhe startest, wenn du mit beiden Händen eine Pommesgabel zeigst. Was ist eine Pommesgabel? Ades, oder mit beiden Händen? Nein? Wie ist die Pommesgabel mit... Ja, schau. Umdrehen, warte ich, umdrehen. Ja, die Laserschuhe. Bei mir, die war auch kein Raul, aber warte. Paul Hartmann, Weltklasse, Weltklasse. Super. Meine Tochter fährt mit mir... Nein? Fährt mit mir einkaufen, jeden Freitag, darum bin ich heute wieder nicht bis zum Schluss dabei. Susanne Moser, beste Grüße ans Töchterchen, ganz lieb ist, ganz lieb ist. Aber unrealistisch bei deinem Beruf, Klaus, oder? Angehend, wenn du wohnst nur in Wien, wie magst du es da mit dem Auftritten? Auch alles öffentlich ohne Auto. Da haben wir eh schon geredet jetzt da. Stimmt, es ist... Es wäre... Wir müssen ehrlich bleiben bei der ganzen Geschichte. Natürlich wäre es möglich. Ob es ein Gewinn wäre, zeitlich wie finanziell, das sei einmal dahingestellt, möglich wäre es. Also wenn du jetzt in Wien kein Auto hast, irgendwie wird es schon gehen. Wahrscheinlich wird es sogar hier gehen. Vor allem in heutigen Zeiten, wo du ja Lieferdienste hast und Co., aber man darf ja auch den sozialen Aspekt nicht vergessen. Also wenn du jetzt wirklich da wohnst, wo ich wohne, auf Sint und Meta, in Abgeschiedenheit und du hast kein Auto und du kannst nur maximal mit dem Radl, ich meine, mit dem Radl vergiss es. Du musst ja Athlet sein. Aber es ist ja wurscht. Du gehst halt einmal im Monat oder von mir aus einmal in der Woche, machst einen Spaziergang mit großem Rucksack in die Stadt, aber ja, machst deine Einkäufe von mir aus und kommst wieder zurück oder lass dir was liefern. Aber wo triffst du, wann triffst du Menschen? Wann kümmert man sich um sein persönliches, soziales Umfeld? Ja, genau. Und das war früher halt in diesen Gemeinschaften, in diesen bauerlichen meistens, oder in diesen Großmondsitzen. Das ist in der Dorfgemeinschaft noch anders und so weiter. Da ist alles anders, aber wenn du so entlegen bist. Und in der Stadt, wie gesagt, da ist es doch vollkommen richtig, es wäre ein mörderischer Einschnitt. Ich glaube eben auch, dass es dann schlussendlich finanziell nicht so ein Vorteil war, weil eben es wäre viel Taxifahren, sehr viel Taxifahren angesagt. Und zeitlich ist es auf jeden Fall ein kompletter Rückschlag. Zeitlich ist es ein Rückschlag. Komplett. Enorm. Enorm. Aber es wäre möglich. Also das muss man schon wirklich ehrlich sagen. Der Raffi riecht deine Mutter grüße aus. Du riechst auch bei mir möglich, muss ich ehrlich sagen. Ja. Auch mit der Anlage schon niemand. Mit der Anlage schon nicht mehr, mit einer harmonischen Lage. Gange das, die sich kennt, wie ein Feuerradl, am Bahnhof nach Mistelbach fahren, mit dem E-Bike, den voll einschaut, bin ich nicht einmal verschwitzt, ich bin selbst über den Berg auf, da rennt das eh fast von allein. Und dann kann ich mit der Bahnhof, und da wollte ich sagen, was ist aber, wenn es jetzt dann renkt, und zwar nicht mehr Eis, das heilige Jahr, oder Schnee liegt, oder Eis, oder Eis im Winter, fällt das Ganze schon aus wieder. Nur dazu, was ist, zeitlicher Faktor ist enorm, weil vom Taschler bis zu mir heim, inklusive dem Glas, abzusetzen zu Hause, brauche ich eine knappe Stunde. Ja. In der Nacht. Ich schau, ich kriege schon wieder einen Kaffee. Unter Einhaltung aller Geschwindigkeitsbeschränkungen. Und das ist natürlich schon, was ich dich da jetzt unterbrochen habe. Entschuldigung. Bitte, bitte. Ich schwadroniere gerade. Ja, tu weiter. Du weißt, es geht schon wieder. Ich wollte nur die Herzensanleitung haben. Und da bin ich in einer Stunde, sagen wir, vom Taschler bei mir daheim, inklusive den Glas nach Hause zu bringen. Wenn ich das öffentlich machen würde, glaube ich, brauche ich zwei Stunden. Weil ich müsste erst einmal vom Taschler mit dem Bus zum anderen kommen, dann muss ich, da fährt, von Flurritztuf, könnte ich wegfahren, oder von Wien mit. Da gibt es ein paar Möglichkeiten, wo dieser Zug da zu mir raus nach dem Islbach fährt. Aber kompliziert und launt, da fährt sogar relativ lange. Ich glaube, da fährt der Letzte um 12, halb eins. Also das wäre durchaus machbar. Ja, da musst du mal, nein, das war nicht Nachbar. Aber bei vielen nicht machbar. Wir spielen bis 11, dann ist das. Ja, du musst dort noch anreißen. Wir spielen bis 11. Ja, und wie lange braucht man dann oft? Weißt du, mit Gage einholen, dann kriegst du was zum Essen, dann musst du mal die Zahnkochen, dann hast du noch ein bisschen geplaudert rein mit den Menschen. Ich kenne das ja von anderen Kollegen, von Jüngeren, die dann einfach so Dinge, so, ich bin schon weg, dann geht, vier Teichpartner und Schuhe und Schuhe. Ja, aber der andere, das ist ja auch nicht Leiband, das ist nicht Leiband. das ist nicht Leiband, das ist ja, weil dann ist es ein Stück, du machst deinen Job, entspannt ins Auto hinein und vorne. Ja, du machst deinen Job und dann bist du weg. Und das ist nicht das, was uns ausmacht. Ja, genau so ist es. Man bleibt jetzt auch nicht ewig picken, aber du machst ein bisschen, du erzählst, du redest noch mit den Leuten ein bisschen oder sonst was. Du hast mit dem Wirt noch was zum Gesprächeln. Genau. Es gibt noch andere Dinge, du musst dein Geld zahlen, nicht, wenn ich jetzt raus haben gehe, das muss ich auch und so weiter machen. Vielleicht isst du noch was, trinkst du noch was, bockst du noch was, keine Ahnung noch was und dann musst du mal von dort noch mal zum Bahnhof hin. Das ist ja, du musst mit dem Bus mal fahren, dann muss ich mit der U-Bahn noch fahren und dann kann ich rausfahren. Das vergiss. Ich brauche zwei Stunden heim, das ist furchtend, das ist in der Nacht, weil ich schon müde, weil ich eigentlich schon heim will. Aber am Sonntag zum Beispiel fährt da gar nichts. Am Sonntag fährt nix. Am Sonntag fährt da nichts. 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 Wie auch immer, man kann's drehen und wenden, es gibt einen Kollegen, der im Waldviertel wohnt, der ist auch immer wieder ein gefahren, hat gespielt und hat dann die Nacht durchgemacht in Wien, bis er dann mit dem ersten Zug wieder heimgefahren ist. Naja, das ist auch kein Leben. Ganz ehrlich, das ist kein Leben. also ich persönlich danach wirklich das kind wie unser unser gar nicht unsere ganzen sachen wo es mir alles machen gar nicht das war ja unmöglich dann die morgen schon mit mir schon es ist es ist warum warum sie mir mein leben schwach machen das ist ja ja dann zu susanne sagt er ist er fährt mit patrick der auto ja stimmt die kinder der auto verzichten und dann fahre ich meistens mit patrick das ist aber der örtlichkeit geschuldet will man sagen ja genau der alter plant ich bin ja prinzipiell pro auto naja wie gesagt ich bin ich bin ich sage mal so ich bin gar nicht einmal prinzipiell gegen die 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 wie soll ich mal sagen gegen die alternativen zum auto ich denke mir halt nur dort muss ein sinn macht und und es ist alles wiederum so ideologisch verkehrt das ärgert mich immer mehr als erst weil es ist wirklich es gibt die die glauben weil ihren an suv hat weiß ich nicht dass ich ein geld scheiße aber sonst was denkt was und dann und dann und dann und dann packst du in der stadt der suv sage ich schaffst du mein tafel du hüffler und wirklich was 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 da schon was da schon für 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 blöde wickeln gegeben hat weil die leute so weil die sänger auto und glauben wirklich die kennen wie ein sherlock holmes können sie können sie dein leben durchleuchten nur weil sie dein auto gesehen haben dein auto also das auto aus dem du gerade ausgestiegen bist die wissen gar nicht ob es dein auto ist oder so also das ist schon ja das ist halt auch wieder das ist wieder so ideologisiert worden ich denke mir ein auto brauchst wenn ich habe ein suv weil der euro ich baue ein euro darum es ist ja so ich hätte lieber kein euro weil er um die hälfte bülliger ist also das ist aber das ist nicht der kult vorzeig für mich das ist ein vorzeig was für mich genau leibend passt und in der stadt wenn ich war hätte natürlich ein arbeitsvorzeig hätte ich wieder mein fiat 500 nur da herum war ja aufgeschmissen abgesehen das ist ja anders und da wird immer gleich diskutiert und ich denke mir das gibt es ja nicht das ist unglaublich ja aber wie gesagt ich bin ich bin jetzt auch nicht so dass man sagt jeder soll auto haben und jeder muss sondern jeder wie es braucht das war leibend das ist ja genauso wie man die verkehrspolitik warum macht man denn jetzt so dass man sagt mir kenntnisse so machen dass leibend ist für die rahlfahrer leibend ist für die motor rahlfahrer leibend ist für die autofahrer und leibend für die fußgänger das können wir eigentlich machen und man auch was macht man macht das leibend ist für die rahlfahrer nicht einmal für die fußgänger die wiener verkehrspolitik ist ein krampf das gilt nur für radfahrer fußgänger sind überhaupt die letzten aber sie machen irgendwo irgendwelche bankerl hin und irgendwelche ich meine stadt das bahn pflanzen dann sehrer für jetzt aber aber diese scheiß bankerl und sesseln und sitzgelegenheiten die sind zum teil auch gefahr wenn sie da schlecht sind beim thema da stehst du ja förmlich drüber gut auch an das wird man sich gewöhnen vielleicht das würde ich jetzt nicht so anführen aber es setzt sich keiner hin das ist das ist das ist aber hauptsache es koste parkplatz und ich denke warum kann ich nicht mich um alle kümmern das ist okay ist wir müssen einen weg finden und wir müssen ein bisschen zusammenarbeiten aber nein das ist nur für Radlfahrer die Autofahrer sind scheißen geht das ist wie ein weites und das ist kein gutes blöd weil die Autofahrer brauchst nein und wegen diesen wegen diesen ganzen schwachsinnigen verkehrsplan wirklich in wien das ist also die die können wirklich her quatsch da glaube ich wirklich nicht dass da wirkliches fachwissen und 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 explizite überlegungen dahinter stehen die allem dienlich sind sondern das ist eine ideologische verkehrspolitik anders kann ich mir das nicht vorstellen weil das ist das ist also wie schwach sind zum teil wie oft sind wir stehen bleiben da leopold dauerstraßen wo es diese verkehrsinseln gemacht haben damit die leute nicht so schnell fahren oder so ich verstehe es nicht und das ist jemand krankenhaus floridsdorf oder wie heißt es jetzt klinik klinik floridsdorf klinik floridsdorf klinik floridsdorf ja ja klinik floridsdorf ist in der nähe und die rettungswegen oder überhaupt einsatzfahrzeuge stehen weil es nicht über diese verkehrsinseln drüber kommen nicht drüber kommen und du dir auch nicht auflösen kannst also die stehenden würden hätten sie diese blöde verkehrsinseln nicht gemacht zur verkehrsberuhigung was war dann war das alles kein problem ist nur eines von vielen vielen kleinen beispiel die wirklich tagtäglich in wien sehe ich wo man denkt das ist vertraten ich gebe zu ich weiß nicht zwangsläufig wie es besser gegangen aber teilweise das ist es ist ja nicht ist ja nicht mein beruf und meine berufung meine aufgabe da gibt es aber leute die sich damit beschäftigen und diese die das wissen sollten und wie das funktioniert und sie damit seit jahren zum teil auseinandersetzen und es kommt nichts außer das ist das ist das und natürlich wenn ich sage ich kann mineral fahren von mir weg von floridsdorf von der haustür kann ich weg erfahren fahr nur die sackgasse in der ich wohne das ist also noch öffentliche straße fahr bis zum end und ab dann bin ich auf einem radweg und bis zum stefansdom müsste ich nicht ein einziges mal auf einer straße den radweg verlassen hat er was ja ich komme durch komplett super gemacht absolut leiband weiter so also ich bin da kein gegner davon nur warum muss ich das immer und noch so ein bisschen noch ganz bewusst scheinbar noch einmal als als teile und teile und herrsche prinzip folgend warum muss ich das noch einmal so so äh äh explizit gegen die autofahrer machen das verstehe ich nicht warum man sich nicht um alle kümmern kann und dann wird wirklich teilt und sagt die autofahrer und die radlfahrer sag ich ja was was bist denn du patik autofahrer der radlfahrer tja das ist nicht vorgesehen nicht du darfst entweder oder zu fuß mit fahrrad oder mit auton unterwegs möglich war guten morgen zur herzer ballon und leser schon ich mache ja ich mache das nicht und dann ruckelt das bild immer wenn ich das mache nachher der georg schauer sagt olivenling bei mafriedis ja dankeschön das ist uns auch gefallen also falls mit kummern ja ja wir haben es vergessen der mafriedis unser 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 desert die werbung mache gern in floridsdorf am hoßplatz nah kinder wo die kirchen ist dann ist das der hoßplatz am hoßplatz gelegen nahe der u6 floridsdorf duten in dem grätzl dort gibt es einen 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 griechischen obst gemüsetandler der mafriedis und das ist absolut leibend absolut leibend dort kaufen das leisten wir uns der ist nicht büllig aber es ist aber qualitativ hochwertig ja ich bin mit dem ungelegen haben wir so geredet über büllig das kannst du gar nicht einmal sagen büllig teuer weil der vergleich fehlt weil du einfach weil du im supermarkt tatsächlich kein vergleichbares obst gemüse bekommst daher kannst du eigentlich nicht wirklich im preis vergleichen aber den leistet man uns wirklich gerne und da wird es wieder einkauft für heraus und dann auch oliven ja und dann sind wir draufgekommen die liegen die habe ich liegen lassen und der georg war scheinbar tut also falls falls du mal friedlich siegst sagst wir kommen erst am montag wieder heim bitte das sollst du aufheben und dann sollst du aber essen und uns dann frische herrichten wie auch immer er das dann macht auf jeden fall ja bis die grüße schaut auch die meisten autos der leute gehören eher der bank ja das stimmt das kommt auch dazu alter plant sagt ich fahre öfter freiland mit dem rad im herbst am abend wird man von den autos angehubt keiner rechnet mit einem aber ich zahle auch für die straßen natürlich aber ich denke mir das immer es ist immer gegen gegeneinander es ist immer gegeneinander ich verstehe das nicht notwendig ich verstehe das nicht notwendig ist das und warum kann man nicht miteinander arbeiten und 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 im straßenverkehr sich bewegen so wie ich mir denke ja das ist ein alter wie man heute am auffang sagt das ist ein alter mensch der fährt langsam ein vorsichtiger ding ja da schalt ich sofort meine aggression zurück so vorhanden und 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 kümmere mich quasi mir ich ja schaue halt dann drauf dass ich da nicht noch nervös mache oder sonst was bei einem radfahrer schaue ja dass ich am bestmöglich weit überholt geht nicht immer dass du sagst ich bin ich bin drei meter abstand das spült es halt nicht immer und manche radfahrer ich sehe das dann auf twitter wenn sie sich dann so aufhängen weil es eng überholt werden sie erst durch zu eng überholen das ist immer so eine sache wenn sie es eh ausgegangen ist wenn es wirklich knapp war sagst du erst das war jetzt wirklich knapp also das war mehr krieg als verstand aber an sich genug platz ist du aber in deinem persönliches empfinden nach bist du überholt worden eng ja das was willst was wir machen es ist halt eng aber solange solange mit dem rad jetzt wieder seit letzten herbst schon die 2000 km jetzt in der zwischenzeit und es ist und verführ auf der straßen bei uns auch da und und auf der bundesstraßen und so weiter landesstraßen und die also ich hab kein einziges mal eine brenzlige situation gehabt dass irgendwer vorbeigefahren sei war blöd oder zu knapp ja gut drei meter abstand wenn sie die machen aber es reicht ein meter es reicht wenn ein halbmeter vorbei es ist ja das kommt auf die geschwindigkeit draufhauen natürlich und die geschwindigkeit und alles draufhauen und wenn die auch schön gerade vorbeifahren in mir ist überhaupt kein problem also nicht einmal irgendwie ja du hast ja wenn du eine baustellensektionen 80er fährst mit der zweieinhalb meter vorbahn links und rechts hast du auch nicht mehr platz dazwischen oder dann zur betonschiene aber ich glaube es geht da schon ein bisschen um die und halt ja man muss man muss sich heute ein bisschen man ist ja dem verkehr das motorrad fahrer bist du auch im verkehr genauso wie es jetzt ja das kann sich die manu aufringen nicht über autos machen aber natürlich ist die gefahr weil es das ist doch eher weil die leitern eher in der stadt natürlich da ausgesetzt aber das ist davon hat wirklich radlfahrer aufs weiß also wir müssen wieder vor die bildung da also das ist so was du kriegst es ja oft mit haben wir gemeinsam fahren und ich bin langsam zurück abgeschaut aber dann kommt er mit einem hat er herrisch gesagt bis ich denk dass das wahnsinn also das ist das ist ja früher beim skifahren beim skifahren sagt die pistenradis und 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 also wenn ich wenn ich diese typischen boberbezirke reinkommen dann erlebe ich dort wirklich und das ist keine übertreibung das sind wirklich pistenradis durch und durch durch und durch diese radlfahrer sind dort in diesen in diesen grenzen in diesen bereichen sind also ein geringer anteil muss man dazu sagen aber es sind ja sehr viele radlfahrer dort ja es gibt echt nur unfälle es gibt wirklich sehr viele unfälle und das sind schon oftmals wirklich einfach das sind die radlfahrer oftmals in diesen bereichen an schuld muss ich echt sagen muss ich echt sagen der ernesto sagt ich gebe zu dass ich auf das auto nicht verzichten möchte wohne südlich von wien alleine einkäufe urlaube freunde familie treffen hobbys und so weiter bei das auto das wäre öffentlich brutal da gibt er recht denn es da bei mir auch also wie gesagt das ist eh es wäre möglich aber es wäre eine einschränkung in einem ausmaß und ich sage ja wenn man wenn man auf wirtschaftskrise kriegt oder sonst wo und es geht nicht anders aber habe ich gehabt aber solange man es noch irgendwie aussuchen kann habe ich auto punkten und fahr und fahr und fahr so lange es leisten kann so lange es geht das trainst du eh alles rum mit den ganzen elektroautos und verbrenner aus und wo es da alles gibt aber ja werden schon wissen warum oder auch nicht so was haben wir da vor 25 jahren paul artmann ist weltklasse weltklasse vor 25 jahren war ich mein auto in wien trotzdem taxe benötigt der voran zum hotel fuhr total verfahren ja heute hast du da ein navi nicht so viel zufrieden gehabt aber das habe ich auch ein paar mal gehabt ich meine also ein paar mal sicher drei vier mal dass ich den touristen dass ich nicht irgendwo kommt ich weiß nicht wie komme ich dort nicht habe ich gesagt weißt du was fahren wir nach fahren wir nach war oft einfacher ja ja der roland sperr sich der raffi folgt da roland sperrk hast du meine whatsapp nachricht bekommen du roland hast du die nachricht von der von meiner von meiner mundgelerin auch bekommen die hat die endlich ihre daten geschickt hast du es herkriegt bei whatsapp ich mache beim überholvergang mit dem motorrad immer einen großen bogen fahrradfahrer manche geigeln herum da denkst du sind völlig besoff und lebensmüde das stimmt aber wirklich das fällt mir auch oft auf und gerade in der stadt was da was keine geschwindigkeit noch hast jetzt tritt es da und ich denke mir das oft also da muss ich echt sagen das verstehe ich nicht was da kinder transportiert werden auf verschiedenste unterschiedlichste art und weise mit vorradeln wo ich mir wirklich denke ich mein ich bin echt nicht zimperlich was das betrifft aber sicherheit für kinder schaut schon wirklich anders aus es ist teilweise arg ich finde es teilweise war ich würde ich würde mein kind nicht zu transportieren aber ja der ideologie geschuldet ist natürlich das alle umfliegt jemand das kind voll davon eineinhalb meter detoniert ist am asphalt also das die kinder sitzen und diese freien da hinten drauf und so ja trotzdem schön was ich meine geht ja nicht anders aber ich denke mir halt oder noch besser sind die die wagen die aufhänger wo die kinder drin sitzen oder die lastenfahrräder die lastenfahrräder sind noch besser also diese wo sie fuhren wo fuhren die kinder drinnen sitzen das ist überhaupt super fuhren unten schön weit unten da können sie nicht weit fallen da können sie nicht weit fallen dafür sind es halt die die ersten weg die unter dem rafen sind also und da denke mir schon was da oft herum schießen wird mit kindern mit spülplatz und keine ahnung wo es um die sicherheit der kinder geht und was ich denke überhaupt gebiete jetzt lasst du spielen wenn sie sich wehtun dann gibt es ein pflaster drauf und fertig und dann gleichzeitig oft bei uns wie wir kinder waren am spülplatz bei uns wir haben das große glück gehabt dass wir zwei spülplätze kommt bei uns in der wohnhausanlage und im gemeindebau da jede wochen hat sich der kinder oder der fuß brauchen hau gebrochen ein finger brauchen platzwunde am kopf ja haben das alle überlebt also ja das ist das ist das ist heute alles tausendfach gesichert wird wahrscheinlich noch immer genauso passieren aber es ist halt hauptsache sicherer nur eben wie gesagt gleichzeitig sehe sie den geschobten auf einer radlaufe auf dem gebäckträger hinten da ist halt die gefahr ist alles wenn du gut radfahren kannst du machst ja nichts aber was solltet die leute dann zusammengeigeln oft denke mir habe die ehre der anhänger hinten auch glaube ich ist fast das sicherste aber das fuhren also die kinder fuhren drinnen haben das weil der anhänger hinten nicht jetzt bin ich fuhren da so denke mir das halt vielleicht stimmt es nicht aber jetzt bist du der fahrer und hast irgendwas hast eine notsituation du bremst du fährst wo eine oder was auch immer aber es sind hinten die kinder ja trotzdem ist das wieder was was man sehr leicht übersehen kann die sind sehr niedermann mal ja schon immer klar aber wenn du sagst irgendwo muss ist also sichere geschichte ist nicht punkt ja aber tut wenn du sagst am sichersten wäre es dann eher mit so einem anhänger und die sind schon mit dem mit dem mit dem mit dem mit dem dachl drüber oft also so niedrig machen wir sagen dass wir das so groß dass das verkehrshinternis ist eigentlich ja das ist auch sicher das hast du aber ich denke mir halt jetzt im lastenrad also wo du voran die kinder drinnen hast voran die kinder da ist definitiv niedriger weil du musst da drüber sein und vor allem wenn du reaktion es ist die knautsch zone also so würde ich jetzt denken es ist die knautsch zone sind deine kinder wenn du sie sind hinten hast folgt das aus wie gesagt dann gepäck trägt um die dinge weil das ist schon heuglich aber ja gut man ist ein helm aus andererseits noch fliegst du dumm wenn du ihren helm hast passiert damit schnell einmal nicht viel vielleicht dass du kriegst ja und 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 der rest geht schon aber ich finde es trotzdem gefährlich also da finde ich anhänger fast am am sichersten denk ich mir jetzt aber das fuhren für die kinder in die knautsch zone setzt das ja ja ich verstehe schon was du meinst habe ich bekommen weil es nur einige tage beruflich unterwegs hatte noch keine ruhe alles zu lesen braver roland sperg ich habe mich noch immer nicht gemeldet ich habe mich auch noch nicht beim michael gemeldet ich bin noch nicht dazu gekommen ich sage es wie es ist aber es wird passieren es wird passieren ja da geht es um einen um die pavlatschen montag in einer woche weil da sind wir dann live mit publikum aus aus blick wien und und machen dort die gründungssitzung live in der pavlatschen für den fanglub den offiziellen 16er buben fanglub bin wirklich gespannt was haben wir da die windigen billig fahrrad anhänger mit den ein einblick so war erfahrung aber ich also ich sage mal das was ich da in wien sich bei uns und floridsdorf in erster linie hat heute in tranz an oben das dürften schon alles qualitativ hochwertige dinge sein also schaut man so aus wo ich mir dann denke mir wo ich sage alter mein motorrad war bürger mit der rahmen auch hänger das also da stehen die abos nicht aber aber es ist wie gesagt ich glaube dass es dann der mein vorall doch hätte ich ja gebrauchte südteres motorrad kriegt und das wird ja sicher nicht so gut aber es ist ja ist ja ist ja motorisiert also es ist ja dieser mit einem vorher nichts mehr zu tun in wahrheit vom technologischen her daher daher geht es ja noch aber grundsätzlich wenn ich immer jetzt noch ist es halt eine überlegung was man will aber aber wenn man denkt ist also diesen diesen lebensstil wie halt dann diesen diesen öko lebensstil in wien hat das geht nur für reiche leute das geht nur mit leute ich glaube ich glaube da ist man drüber das kann sich kein normaler mensch leisten das geht nicht am schlimmsten finde ich aber die e-scooter zum ausborgen sagt das nummer tag ist teil die fahren damit oft zu dritt und kommen gegen die einbahnstraße oder diese e-roller der pizza lieferanten die fahren wie in indien ja bei den letzteren aber meisten verständnis weil die 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 fahren um ihr geld da habe ich noch verständnis bei den anderen muss man dazu sagen man darf nicht zu dritt fahren man darf nicht zu zweit fahren gegen die einbahnstraßen auch nur dort also es ist der e-scooter ist dem fahrrad gleichgestellt rechtlich das heißt der darf alles was ein fahrerl darf und alles nicht was ein fahrerl auch nicht darf also der fahrerl und natürlich muss man dazu sagen das sind halt ist ja dann illegal nicht gut gegen leute die sich nicht ans gesetz halten ist immer schwierig und da ist natürlich der e-scooter nicht schuld ich glaube das größere problem ist wirklich das dass die leute einfach nicht darauf fahren können also dass du du kannst ja nicht hergehen ein fahrzeug also das war jetzt ungefähr so wie wenn ich mir da jetzt nicht seinen schaden anrichten da jetzt da wenn ich sage ich bürge mir einen bagger aus kannst du ja ausborgen ist nicht einmal sonderlich teuer ich brauche mir einen bagger aus vor der offer wird schon sagen vor dem ober vom anhänger davon ich brauche mir eine halbe stunde bis ich wahrscheinlich aber fahren kann bis ich weiß wie ich auch gleichzeitig offen kann und dann muss ich das ding einmal lernen ich kann nicht dann anfangen zum ausschaffen und so bringen wieder zurück ich muss dann schauen wie das funktioniert und mir ist dann das gewöhnen und das mit dem mit der maschine ja ja definitiv ja das haben und das ist ein großes problem mit 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 e-bikes vor allem die halt dann nicht reguliert sind nicht oder wo man wo man illegalerweise dann mehr power bei das ist ja genau so wie es ist ja weil ein 50er ich meine es ist wurscht es sind die 25 kmh aber die gehen aber wenn du ein 50er fährst dann denkst du ja es ist aber die bremsen nicht ausgeglichen es hat einen grund warum ein motorrad oder ein moped wenn wir es jetzt geschwindigkeitstechnisch vergleichen wollen warum ein moped andere bremsen hat ist ein radl es hat einen grund ja ja genau so ist es ja ja ich bin gestern meine höchstgeschwindigkeit gestern waren 71,8 kmh aber nicht mit antrieb sondern weil das eine sehr hügelige runde gestern war und dann habe ich mir auch gedacht eigentlich und das in der kurzen hosen lockert quasi mit 71 mit motorrad fährst du das nicht so wie man es auf der tangente mehr oder weniger vollgas vorst und dann hat es auf die goschen ja genau so ist es ja genau so ist es ja genau so ist es ja bei der wegschau trinkst und rechts wäre ja ja der hilft ja nichts ja 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 aber das ist aber das ist wirklich das ist das sagen die denkt man dann auch oft nicht und wenn ich jetzt nicht mache ich mache ich mache ich sind wirklich ungeübt muss man auch sagen ja mit einem e-scooter das ist wirklich wie die e-scooter das ist nicht weil die sind alle nicht für gefahrsituationen gerüstet weil geradeaus vor dem gas geben kann jeder volltrotteln die meisten nicht einmal bremsen sondern einfach nur das gas auslassen und durch diese rekuppierung durch das stoppen weil das schon stoppt also es ist so eine sache andererseits denke ich wiederum leibernd dass es es gibt das soll doch ja jeder fahren können damit aber es ist halt die wenn sich die leute nicht an regeln halten und nämlich an regeln der vernunft dann müssen halt richtige regeln herkommen wieder einmal dann haben wir wieder mehr regeln dann haben wir wieder mehr straffen dann haben wir wieder mehr überprüfung und 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 wenn die leute einfach nicht deppert dann hätte man den scheiß der kieschen und sagen erst wer es braucht kann damit fahren mit hirn ja mit hirn aber das fällt halt nicht was sagt ich hätte meine oma hat mich in den 60er jahren auf einem kindersitz auf ihrem velo solex in basel transportiert noch ohne helm einmal sind wir zusammen gestürzt aufgeschürfte knie aber sonst ganz jawohl 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 ja der snubtag da ist er ich bin im 10. Bezirk daheim im Klausschernbezirk gelten keine Gesetze mehr he 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 bravo verfritten verfritten bitte Klaas ich schreib mir ich bin jetzt vier Tage in Düsseldorf auf einem Montagabend sind wir beim EM Spiel Frankreich Österreich Daumen drücken und trotzdem ein paar Latschen schauen jawohl bravo bravo Ronald ja ich schreib dir gib dir Bescheid viel Spaß gute Unterhaltung erfolgreichen erfolgreichen Aufenthalt Fußballmatch ja wird man ja sehen wird man ja sehen wie es abbringt ja wir haben ein Wochenende vor uns nächsten Montag macht der Patrick den den Gastgeber bei der bei dem morgen Podcast live Podcast weil warum warum mein Lieber weil bei mir ist angedroht den Strom der Strom wird unterbrochen zwischen 8 Uhr und 11.30 Uhr wie gesagt das ist bei mir dann meistens nicht einmal eine Minute aber kommt halt drauf an wann und deswegen haben wir gesagt besser ist eine Party gemacht den Einlader weil wenn dann wir gerade live sind und ich werde unterbrochen vom Strom dann bin ich kurz weg und rufe dann wieder an und er ist schon wieder da und bin schon wieder da weil ja die Handymasten werden nicht betroffen sein dann muss das dann halt übers Handy einsteigen ins Internet aber es ist ein Stream nicht aus ich rufe dass der Handymast nicht betroffen ist nein das ist das wird da angeschalten ah das ist nur bei das ist was anderes das sind Wartungsarbeiten da ist nix das ist in der Regel wirklich das ist wenn die Tafeln da sind das ist das ist ein A dran auf dran das ist oft ein A dran dann tun sie das wahrscheinlich ausschließen oder ausnehmen oder auswechseln was zum tun ist und dann tragen sie wieder auf das ist oft wirklich halt aber es kann halt in der Zeit arbeiten sie dort und ja dann werden wir schon genau deswegen macht der Patrick die Einladung also den Einladung den Host den Host den Host wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende und freuen uns auf next week in diesem Theater das Wochenende haben wir nix also nix berufliches wir ja kein Termin starten wir dann wieder richtig dann geht's dann geht's rund ja ab nächster Woche Freitag nächste Woche geht's wieder um Urlachau ab Freitag geht's dann wirklich los ja ja da geht's dann um Urlachau am Montag kommen wir wie gesagt von da noch die Morgensendung von mir und am Abend sind wir schon wieder im Studio Donaufeld in Wien erstmalig schon mit Taschlerweine richtig erstmalig jawoll jawoll na gut dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende auf nächste Woche Pfiat euch gut bleibt brav und anständig Pfiat euch wunderbares Wochenende genießt es und wir sehen uns am Montag in der Früh Papaci Pfiat euch